hier oben lang verstanden sektor steht hier hinter mir ich glaube wir können ganz langsam vor wir müssen den durchsuchen machen sie mal hier nicht noch was spezial sie haben ein blacktars schließfach entdeckt ich bin hier wo denn wo soll das eine ecke schlüssel sein kleine kiste sieht das denn hier alles so verrammelte so command center die öffner also ok menschliche überreste erkannt identifikation division agents die outcasts haben nie im leben einen ganzen trupp auf fairer weise erledigt hingerichtet worden ja die sind einfach hingerichtet worden tragbares gerät erkannt auffüllen ja kaffeteria kaffeteria ich noch kontrol raum warte ich gehe auf der anderen seite wechsel auf sniper rolli oder oben guck mal nach oben über den ach der ist lila jetzt versuche ich mir zuerst zu holen bist du bereit ja wenn ich schieße schmeißt du rolli alles klar verstanden drei ja wo eins der schuss hat gesessen der ist auch gleich weg der lila mensch stimmt komm hoch mitm kopf weg ist er ach du scheiße was das für ein zeug napalm oder was wenn wir helfen ja ja ich bin doch da ist doch gut mach v die beiden nach oben sind weg und ist auch einer weg er kommt noch aber drüben ich weiß eine granate hat du mir halt du mir nur auch von deiner seite aus dem und kümmer dich nicht um den die anderen die du sehen kannst doch den lindern aber oben ist noch einer ich weiß eine granate dann bewegt er sich warte ich lade nach ok down down super arbeit gut durch den computer können sie mit ihren kommunikationssystemen langsam vorgesiehen hoffentlich kann unser team antworten und sagen wo sie sind sieht sauber aus schau mal hier nach mein gott wo sind wir aber wenigstens humor haben so kommen sie mal her ja wir haben einen smiley drauf gemalt auf dem bildschirm super so wenigstens ok weiter geht's ich geh mal gucken aber hier liegt auch noch einer ach so wir haben wieder weg gemacht bereit äh ja ja hier ist der kampf die chance gesehen verbindung hergestellt hallo hört mich wer ihr spricht many ortiga von der division many many gott sei dank maya hier maya wir konnten den knoten nicht online bringen maja ich habe einige teile die den knoten des weißen hauses mit dem nationalen netzwerk verbinden können aber vor meiner rückkehr tauchten diese irren arschlöcher auf sie müssen mich hier rausholen ach du scheiße offiziersquartier ach du scheiße offiziersquartier ach du scheiße offiziersquartier alle suchen und finden und ok verständen aufpassen wo soll die sein sie das hier sie ist doch hier sie ist doch hier du scheiße wo sind wir das sieht aus wie in den 70er jahren ey das erinnert mich unheimlich an Dings hier pscht pscht das ist ein teddy ein teddy alle Leute umgebracht hier alle komm her ich hab jetzt komm her zu mir komm her zu mir ah sehr schön haben sie das gelesen? was ist das? ein bericht über jtf ermittlungen gegen ridgeway während der quarantäne das hat ihn ins gefängnis gebracht und? worauf wollen sie hinaus? sie haben die jtf als teufel dargestellt also einen von vielen wie reagieren die leute wenn sie das herausfinden? verbrennen sie ihn was? verbrennen sie ihn und jede kugel in den Händen und jede kugel in den Händen werde ich tun was ist hier los? warte sollen die alle verbrennen? die sollen die alle töten? ne warum? kommen sie hochsen wir gehen jetzt hier sicher weiter ja hier ist ne tür offen da ist das lebende quartier äh die ne wohnhaus oder was? vektor f ach du scheiße es geht noch tiefer wo sind wir? im bunker ach du scheiße warum brennts dann da? hier war gerade einer der bitte? wir waren sie nicht gerne mit Feuer ok ich darf schützen Munition hier geht so ach du scheiße ich will da nicht runter haugst wer für ne rolli soll ich ne rolli werfen? ich schmeiß mal ne rolli fuck ja schön wenn nur ihr kommen würdest ja ich komm schon sind da welche? hua oh da ist einer aaaaaa ein selbstmord eumelbums scheiße wie kommen wir jetzt wieder hier raus? wir müssen ja hier runter ok sicher soweit puh ich sicher kann ich sagen bescheiden? komm schon mal alpha miet ok sieh doch vor ja 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 alles sauber? nein oh was ist denn hier los? verdammt lebensfunktionen kritisch guck mal ich sterbe hier fast ich muss medikit nehmen da komm noch einer da komm noch einer warum hat meine rolli das nicht gemacht? immer auf den kopf da ist medizin der rolli im wasser nichts bringt so scheiße wo sind wir hier? ich weiß nicht da springen einer hier hm von wegen ah scheiß da kommen sie auf den kopf ich muss nachts nachladen ok der ist da du musst nachts laden? nachladen musste ich ach so ich hab verstanden ich muss nachts laden oberhalb ja 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 scheiße der ist durchgerutscht da ist noch einer kommt jetzt auf ihrer seite ich muss nachts laden nachts laden? ich hab aber mehrere hier ja ich schmeiß ok einer down ich bin down ich bin down ich bin down da kann ich nicht kommen sie rüber aua kommen sie rüber drohnen drohnen ah du scheiße was geht hier los ey ah ich brenne ich bin tot ich hab's gut fast gesagt alter was geht denn hier ab holen mich zurück komm mal eben ja warte sie ja 13 sekunden noch ich bin dabei dröhnchen macht guten Einsatz ja ich bringe meins auch jetzt zum Einsatz leck mich am Arsch das gibt's doch gar nicht ok da oben kommen wieder einer weg ist er ohne fliegt noch einer ne wir müssen nach oben wo oh danke fürs retten Gerda Herr Ochsten ich konnte ja echt nicht rüber kommen ey ja kein Thema ganz bekloppten hier ey wo denn was denn kommen sie mal oben die liegen ja alle ne ach du scheiße warten sie mal ich hörts hier liegt was kommen sie mal hier hoch oh kommen sie mal hier hoch wo sind sie denn hier draußen sie sind schon wieder vorgeprescht ja ich war nur einen Raum weiter ja ja sag ich auch über oh da unten ist auch noch was blaues so hab ich ok kommen sie ran hier scheiße Spezialmon Spezialmon ich hör was Explosions Munition ich hör irgendwo ein Funkgerät ja da hinten im letzten Spind im letzten Spind ach da haben sie schon erst hab ich mitgekriegt habe so weiter geht's hier geht's nach oben erst runter dann wieder rauf sie kann sich nicht ewig verstecken sie kann sich nicht ewig verstecken drauf halten drauf halten der ist drin der ist weg weißt wir hätten den da schießen sollen rechts oder links rechts oder links ich weiß nicht rechts ich geh rechts zum Cafeteria da bist du hier du kannst von der anderen Seite kommen hier sie ja ich jag Drohne rein da drin wer hat ihr das da draußen und Rolli Rolli Feuer frei sein Vorsicht hör auf die gefallen hör du mal lieber auf mein Gewehr super 23 klasse ja verstanden ja verstanden down oh da ist ein gelber blauen gelber wird noch verarbeitet down ja sauber wow saubere Arbeit Hilfe ist schon unterwegs Maja warten sie bleiben sie ruhig alter falter ja warum kann ich das nicht plündern der kann doch grad sein Essen aufessen und dann tschack kann das nicht plündern genau was denn warum kann ich häng fest ich kann nichts mehr machen warten sie ich guck ich kann das blaue hier nicht annehmen kann es null zerlegen ok ah Stufe 23 die hast du doch die kann ich aber nicht nehmen ah weil mein Rucksack voll ist was kann ich da machen zerlegen sie was aus dem Rucksack ja besser ist es ne irgendwas knarre ja ich glaube eine knarre zerlege ich die ich nicht brauche gute Idee irgendwie stufe was weiß ich was knarre okay sind alle so stufe 20 stufe 18 stufe stufe 18 zerlege ich okay okay warte mal die zerlege ich hier äh verstanden da Tabulator zerlegen ne einmal zerlegt dann zerlege ich die auch noch stufe 19 haben sie gesehen so mal gucken ob ich die jetzt nehmen kann haben sie gesehen am bildschirm bei ihnen ja warte wo denn unter uns unter uns wie unter uns ja anderen Raum ja wo ist denn da haben Gesellschaft gekriegt oh Kowalski weiter geht's jawoll bereit öffne die Tür jawoll rauf oder runter ich weiß nicht aber wir müssen ich geh mal hier in den Raum ich auch hier ist nichts da antwort ist hier mon ich lad mal ihm nach ja warten sich komm mama wie sind sie da weiß nicht ob das so ok ist wenn ich hier lang lauf ne wir müssen zurück ok verstanden warum brennt das hier unten das ist nicht weiß es nicht hier sind wir rein die treppe hoch verstanden können wir nicht starke wärmesignatur Sprinkelanlage ant lösen sie die Sprinkelanlage aus das sollte die Flammen löschen toll kannst du das nicht eher sagen wo ist die Sprinkelanlage äh lade da komme ich nicht ran Moment stopp oh sie haben ja gute Ideen Herr Hobsen die einzige Möglichkeit gewesen können sie die Tür aufmachen ja ich öffne die Tür ich halte die Deckung ach du scheiße was ist los Herr Hobsen kommen sie raus ne jetzt bleib ich drin ich schmeiß ne Rolli und n Dröni ihr klein Arschwein ihr klein Arschwein ja fuck alter schmeiß mal ne Granate da hinten irgendwie das kann man wohl lauter scheiße Kollege komm hoch auch mit dem Kopf sie müssen das Feuer löschen Maja hat nichts was ihr gegen Feuer schützt aber wie soll ich das denn löschen bitte hieß du irgendwas wo man löschen könnte hier oben warten sie mal hier oben sind doch hier oben sind so Dinger an der Uhr die sind aber nur da ne wir sind aber nur da ne ok wir gehen hier lang ich geh mal weiter ist hier noch irgendwo ein Rohr ja hier hier ah super da kommen Gegner ja ich seh die eine Drohne oh ungelber Schüsse Oah und klauen der bröhnt mich hier gerade ab Aua Gott der bröhnt mich hier voll ab ey der dröhnt mich nicht ab oder der bröhnt mich nicht ab der brühnt mich ab ey Was das? Warten sie mal hier oben ist auch noch... Achso, haben sie schon ausgelöst. Mach mal Feuer aus hier. Alto Belli, da hinten ist auch noch ein Ding. Gott. Holler Herzchen. Und ob wir die Maja finden oder nicht, Leute, das seht ihr im nächsten Teil. Also macht's gut, bis dann, ciao. Ciao. Ciao.